Hastapada Vasishtasana ist der diagonale Seitstütz oder auch diagonale schiefe Ebene genannt. Am einfachsten beginnst du mit dem langen Sitz und dann drehst du dich leicht zu einer Seite. Zum Beispiel, du hast die linke Hand auf den Boden, du fährst dann mit der rechten Hand an die Außenseite des linken Fußes und streckst dann das Bein aus. Wenn du die Flexibilität hast, kannst du dabei auch den Kopf zum Schienbein bringen. Wenn du die Flexibilität nicht hast, dann hast du einfach die Hand am Bein.